willkommen ihr lieben beim klaren herausforderer bei mir dem torsten und es ist zahltag ja ist es warum ist es eigentlich zahltag klar die liga ist vorbei und wir haben hier wirklich wirklich super gerockt aber bevor ich ihr anfangen will muss ich kurz ich muss ich muss mal kurz mal programm abspulen ich darf heute nichts vergessen ihr seht ihr werdet heute zwei videos von mir sehen nämlich einmal aus diesem clan hier und ich bin natürlich auch bei den bei den soßen dabei da werden wir heute zwar nicht mehr ganz ganz so viel sehen aber ihr werdet wenigstens das ergebnis noch von mir mitbekommen aber bevor ich hier rein haue gehen wir erstmal in die liga der krieg 7 ist vorbei wir haben gewonnen und wir sind aufgestiegen als zweiter hier denn eine ja denn denn ein clan lag noch vor uns das habt ihr gesehen die feierdach sie waren doch ein bisschen zu heftig für uns aber ich glaube 317 sterne hier mit der gesamtzerstörung von mit mit mehr als der erste hat als 8.118 ist das hier super ergebnis und die neuner die hier gespielt haben neuner und ich glaube es war ja ein 1 8 dabei dem den gebührt ehre muss ich mal so sagen und ihr seht das hier also dem gebührt eigentlich ihre louis lucas slenderman hollywood sklave don't attach me don't attack me entschuldigung iron height der race nation magic mlx klaus kinski vorky puma nn bmü blicks oder blicks filinator filinator bayern bayern lukas ivan alex ok schlafmütze one two glaube ich sind alles zum einsatz gekommen neid historie ist leider gleich zu anfang raus beziehungsweise nach dem ersten ck heraus fahrern galamax hat ein paar sterne gemacht philipp böse mama das sind jetzt die statistik statisten die hier natürlich auch die siegermarken mitgenommen haben genau wie ich hier auch der wo bin ich denn eigentlich hier ich bin der ich bin der toto wo ist der toto eigentlich hier toto ach ganz ganz unten okay der toto hier und einige sind ja allerdings schon raus aus dem clan denn es waren ja eigentlich viel viel mehr hier ich muss noch mal gerade gucken denn wir waren ja gemeldet eigentlich waren wir glaube ich mit viel viel mehr gemeldet ich bin mir nicht 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 mehr ganz sicher aber vielen lieben dank doch da haben wir so klaus kinski der auch immer wieder sein spenden account er hatte lui hatte sein spenden account hier meine wenigkeit hatte er hatte den spenden account hier und super gemacht hier denke ich mal von allen beteiligten vielen dank nochmal an der stelle ich habe heute schon öfter getippt ich bedanke mich einfach im video von euch allen genau phantom eishock ok clasher ist irgendwann mal rausgeflogen jonas ist irgendwann mal gegangen jj der ist ganz zu anfang gegangen das ist ein echter abzockern ablitscher aber macht nichts wir haben die liga hier super im griff gehabt bis auf diesen einzig hier den fünften den haben wir leider verloren aber ich glaube gegen die feierdags die hier diese liga auch gewonnen haben ist das jetzt nichts schlimmes gewesen denn ich habe hier beim beim 10er schon ein bisschen verkackt aber wir gucken jetzt noch mal in den in den letzten glaube ich rein denn den haben wir ja auch mal da ist der siebte ja den haben wir ja noch mal ganz ganz nett gemacht ihr seht das hier und ich habe mir genau drei angriffe rausgepickt nämlich jetzt muss man eben schauen zwei den hat den habe ich noch gedreht den habe ich ja zwei sterne ja fangen wir beim beim rage war an der den 10er hier genommen hat also hier als heute abend einer auf den kopf getroffen hut ab an die neuner die immer gegen zehner elfer und zwölfer an mussten kann ich kann ich eigentlich nur so bestätigen denn ich war ja glaube ich nur in zwei oder 13 kassi mit meinem rh9 dabei den rest habe ich euch den vortritt gelassen war mir einfach ein bisschen wichtiger denn mein neuner bleibt nach wie vor neun und sammelt die marken so ein bisschen für die trophäe aber die die sich dann hier so rein getraut haben wie auch immer mit mit erdbeben zaubern in diese 10er base die ein bisschen größer sind x bogen mehr haben ihr seht das hier geballern drei x bogen anstatt zwei und die das eine andere defensiv gebäude ist dann auch schon na vielleicht ein bisschen höher der jetzt noch nicht so aber der rage nation hier hat das richtig gut erkannt hier mit den mit den valkyren hier durch zu fegen und wir haben natürlich im letzten klang auch so ein bisschen das glück gehabt dass die gegner ihre klan bogen erst gar nicht gefüllt haben habe ich vorher geschrieben dass wir die an angriffe dementsprechend größer planen können das heißt du musst überhaupt nirgendwo acht geben auf irgendwelche cb die da rauskommt im gift zauber ja okay im gift zauber kannst du trotzdem immer noch immer noch für die helden hier gebrauchen und glücklicherweise geht der golem jetzt so ein bisschen hier hier noch durch das loch wo der tote king hier schon so rumeiert oder der kaputte king hier seine stern über dem kopf hat und hier jetzt noch die beiden oder die letzten drei defense gebäude hier tankt auch wenn er sich jetzt gerade teilt aber die queen ist noch mal zündbar zehn bogenschützinnen hier die jetzt so ein bisschen von hinten kommen alles noch mal so ein bisschen ablenken hier die können doch sterben die queen wird hier den rest regeln also schön gemacht hier 9 auf rathos 10 ich will es einfach mal so benennen auch wenn er jetzt kein infernus hatte aber dennoch muss man sich hier irgendwas überlegen und ich glaube das hat er ganz gut geregelt an der stelle naja okay das kommt jetzt das kommt jetzt natürlich jedes mal und ich habe mich mit dem alex hier auf die rathos elfer base hier gestürzt und ihr seht meine truppe so ein bisschen dies immer noch ganz gut gängig um hier prozente in so einer elfer base rauszukitzeln also erstmal so ein bisschen überall ich scrolle mal so ein bisschen hin und her mit baby drachen so ein bisschen so hier und da schon mal ein paar prozente gesammelt und hier unten ums rathaus da musste einfach ein funnel hin denn da kommt natürlich der erdbebenzauber dann rein und deswegen mit 17 baby drachen ihr könnt das jetzt mal beobachten wie viel prozente ich da jetzt eigentlich schon sammeln ohne dass ich beschuss bekomme großartig erstmal von luftabwehren von infernos ich meine irgendwann geht es natürlich los je näher die jetzt in diese base rankommen oder ran reinkommen desto erschießen natürlich auch dann die luftabwehren die feger werden tätig aber der adler jetzt noch nicht aktiv ist ein level 1 adler der tut jetzt nicht ganz ganz so doll weh aber hier habe ich jetzt schon über 40 prozent 41 prozent sind sie jetzt schon ein habe ich mir jetzt darüber gelassen ein bibel drachen jetzt beginnt auch der adler zu ballern bei ich glaube es sind 190 truppen glaube ich ich weiß es gar nicht mehr so ganz ganz genau und habe jetzt noch mal versucht ideen den magierturm weg zu machen ist mir jetzt nicht ganz gelungen aber jetzt der golem vor dann kriegt der nämlich das futter erst mal mit den helden also mit dem king und mit der queen vom adler und dann geht das hier jetzt durch das loch durch es kam ja keine klanbrücke hingegen nur so ein paar helden und mit der truppe hier fünf bowler den magiern dem golem geht das hier sogar noch mal ganz 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 gut rum hätte ich gar nicht hätte ich nicht erwartet dass ich so weit komme auch mit meinem mit meinem king in der mitte aber die in ferne sind auch so weit auseinander die reichen hier nicht ans rathaus also überhaupt keine gefahr hier in der mitte dass ich irgendwo in ferne beschuss bekomme deswegen sind meine helden hier in der mitte noch am leben der könig dankt jetzt allerdings leider ab und ich glaube den adler kriege ich auch nicht mehr da sind die x-bogen bisschen zu stark aber ein 60 prozent leute auf dem rathaus elf zwei sterne super gemacht hier glaube ich zumindest wieder in der gruppe und der ivan hatte noch mal ein drauf gesetzt auf die rathaus 12 base auch das hier ist eine rathaus 12 schräger 5 base also das ding hier ballert ganz ganz extrem aber ziel war es jetzt gar nicht das rathaus zu bekommen sondern wir gucken mal wie er das hier gelöst hat auch hier 17 baby drachen 10 loons und seine helden und was er in der klamour hatte weiß ich jetzt gar nicht dass das das sehen wir gleich mal sehen er hat jetzt nicht ganz aufgespringt beziehungsweise er hat hier mit blitz zaubern die luftabwehr zerstört oder zumindest eine luftabwehr zerstört hier damit er hier jetzt auf der seite die so ein bisschen zum 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 inferno hin hin gewandt ist empfangen kann und kommt jetzt hier aha okay hatten max job es war max drachen mit mit baby drachen dann noch dann auch da drin die beiden behindern sich natürlich ein bisschen weil er bilder haben jetzt seine wut nicht ganz entzaubern kann aber der drache tankt jetzt fürs baby und auch hier seht ihr müsst einfach rechts und gucken wie die prozent wo zählen ziele waren hier 50 prozent also ein stern auf diese base hier der ivan hatte keine andere chance mehr denn alle anderen bases waren schon down er hätte jetzt noch ein neuner auf drei machen können aber herzlich dafür entschieden den hier jetzt zu nehmen und jetzt sind sie schon 47 prozent also noch ein zwei defenses er hat die helden noch nicht gesetzt 51 prozent schon das ist eigentlich schon gewesen eigentlich hätte er jetzt schon sagen können das war's dankeschön lieber adler du kannst jetzt ruhig anfangen zu ballern und das rathaus in der mitte ist natürlich jetzt schon aktiviert durch die vielen prozente da kommt jetzt natürlich kein neuner mehr hin das ist aber nicht schlimm das ist überhaupt nicht schlimm hier mit 57 prozent werden es noch ein bisschen bisschen mehr ich glaube es wird jetzt kein prozent mehr die queen schafft das auch nicht mehr da ist ein bisschen viel geballere also ich glaube 58 prozent von rathaus 9 auf rathaus 12 absolut akzeptabel hier super truppe super liga hier hat mir sehr sehr gut gefallen wir sind aufgestiegen in die liga 2 also gold liga 2 ich bin echt gespannt wie das hier weitergeht also wie gesagt der clan hier ist offen und erste folge für heute die seht ihr jetzt am donnerstag um 12 uhr um 17 18 uhr suche ich hier wieder das heißt also wenn ihr lust und laune habt dann könnt ihr diesem clan gerne beitreten 1500 pokale müsste allerdings haben ich nehme alle mit die grün sind denn wir wollen hier klein level 5 werden so dass wir mindestens eine truppe mehr auf die spenden bekommen also plus ein level mehr das ist so ein bisschen mein kleines ziel mit dem community clan hier deswegen bleibt auch auf also war eine gute sache gestern im community tab hier etwas zu zeigen und der season info richtig richtig nett muss ich mal so sagen 317 sterne gucke ich mir sehr sehr gerne öfter mal an die der devils hinter uns gelassen abgestiegen sind hier unten die dieses die haben sich übrigens aufgelöst deswegen haben die so wenig sterne ist aber glaube ich an der stelle nicht so tragisch wir heimsen im nächstes geheimnis nächstes mal glaube ich dann etwas mehr ab an belohnungen und da bin ich sehr gespannt wie weit wir überhaupt kommen vielleicht müssen wir den clan mal so ein bisschen dann irgendwie aufstocken wie zum patienten oder so müssen wir mal sehen aber 10 11 können jetzt ruhig rein für die nächsten cks und natürlich auch für die clanspiele die stehen nämlich jetzt als nächstes jahr an in den ereignissen ja okay das ereignis lassen lassen wir mal hiermit mit pecker und baby drachen das habe ich versäumt ich hatte halt andere prioritäten und die klankriegsliga geht selber noch einen tag zwölf stunden bei uns ist jetzt schon vorbei aber in einen tag zehn stunden fangen die clanspiele an letztes mal haben wir die 50.000 geschafft ich weiß noch gar nicht was es aktuell gibt aber seid gespannt auf die folge heute um 16 uhr soll die folge von den soßen kommen und nochmals vielen lieben dank hier an die vielen vielen leute die hier noch nach wie vor im herausforderer clan sind und hier weiterhin mit uns mitspielen ihr seht das ich habe eben noch eine clan mail geschrieben wo ich nämlich reingeschrieben habe dass wir hier morgen also heute für euch heute 17 18 uhr wieder normale cw starten bitte die ampel nutzen wer dabei sein möchte also rot grün stellung und dann geht das hier ganz fröhlich weiter ich werde hier nicht mehr so super super aktiv sein ich werde hier meine angriffe machen werde immer ein bisschen chatten aber ich denke mal dass ich hier jetzt nicht mehr so heftig viel bringe die liga war mir jetzt schon wichtig und von daher wünsche ich euch einen schönen mittag bis heute nachmittag 16 uhr von den soßen bis dahin euer tuto gleich stelle